Einen wunderschönen guten Abend. Heute lese ich euch vor Verwandlungen im Teich. Ein warmer Maidag geht zu Ende. Es ist Feierabend, auch für die Wasserfroschmama, die erschöpft am Teichufer hockt. Sie hat einige hundert Eier gelegt und die Ruhe verdient. Als gelber Klumpen liegen die Eier im Wasser. Sie sind in Schleim gehüllt, der den Ballen zusammenhält. Das Ausbrüten überlässt die Froschmama den Sonnenstollen. Hoppla! Was einige Zeit später aus den Eiern schlüpft, sind gar keine Fröschlein. Es sind winzige schwarze Teufelchen, die nur aus einem Stecknadelkopf und einem winzigen Ruderschwänzchen bestehen. Sie heißen Kaulquappen, quirlen durcheinander und lutschen an weichen Wasserpflanzen. Feinde fallen über sie her, Raubfische, Wasserkäfer, Wasserspinnen und hungrige Libellenlarven. Wenn die Froschmama nicht so viele Eier gelegt hätte, würde kaum eines der Jungen überleben. So kommt noch eine ganze Menge durch. Dann geschieht etwas Seltsames. Den schwarzen Kobolden wachsen Hinterbeine mit Füßen und Schwimmhäuten zwischen den Zehen. Der Ruderschwanz verkümmert. Nach einigen Tagen wachsen auch die Vorderbeine. Jetzt ähneln die Knirpse ihrer Mama. Nur wenige sind übrig geblieben und richtige Fröschlein geworden. Drei Monate hat die Verwandlung gedauert. Die Fröschlein kriechen ein Land. Sie müssen Luft schnappen. Als Kaulquappen konnten sie im Wasser wie Fische atmen. Als Frösche haben sie Lungen bekommen und können nur so lange unter Wasser bleiben, bis ihnen die Luft ausgeht. 19 Tierchen sind von den Eierklumpen übrig geblieben, den die Froschmama an jenem warmen Maitag ins Wasser gelegt hat. Aber sie ist nicht die einzige Mama gewesen. Viele andere haben dasselbe wie sie getan. Und so kriecht an diesem schönen Augustnachmittag eine ganze Menge Rostkäfer großer Wasserfröschlein aufs Trockene. Ein richtiger Froschregen, sagen die Leute. Vielleicht habt ihr das auch schon mal beobachten können. Damit wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.